Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, Leute, heute präsentieren wir euch den EC173, der um 1993 und 1994 gefahren ist zwischen Berlin und Wien-Westbahnhof, bzw. Südbahnhof. Vorgespannt haben wir die Baureihe 132 Lothmiller, die ist von Pico und ganz typisch bestand der Zug hauptsächlich aus ÖBB-Wagen und der Speisewagen ist aus der Tschechei, unser BERM, der CD. Ja, viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao! Ja, viel Spaß! Vielen Dank! Applaus 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 Auf Wiedersehen. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da. Und abonniert. Und abonniert. Und...